Beatrice Egli Florian Silbereisen, diese Ankündigung lässt Fans ausrasten. Beatrice Egli und Florian Silbereisen, der flotte Zweier geht in die nächste Runde. Das hat Beatrice Egli jetzt in einer Follower-Fragerunde via Instagram verraten. Was für einen Wirbel haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen in den letzten Monaten mit ihrem Duet, das wissen nur wer ausgelöst. Denn die Zeilen hatten es in sich, du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir. Ich hör sie reden, lass sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär's nicht erlaubt mit dir. Ich nehm es in Kauf mit dir und die Körpersprache, live vor einem Millionenpublikum, innig, fast schon intim. Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben einen Plan. Schnell fragten sich Fans und Medien, was wissen nur Beatrice Egli und Florian Silbereisen, was jeder gerne wissen würde, sind sie ein Liebespaar? Es war ein Spiel mit den Träumen. Selbst in Interviews antworteten sie auf die Liebesfrage immer gleich mit der Liederzeile, das wissen nur wir. Lied wurde zum Hit. Plant das Gesangspaar etwa an einem neuen Hit? In einer Instagram-Story antwortete Egli jetzt auf Feenfragen. Eine davon, gibt es ein neues Duet von dir und Florian? Eglis Antwort lässt Herzen höher schlagen, wir sind an neuem dran. Aber was es wird, kann ich noch nicht verraten. Das Spiel mit den Geheimnissen geht also weiter. Auch jetzt heißt es wieder, das wissen nur wir. Die Fans sind mit Sicherheit aus dem Häuschen.